Die Sonne ist also soweit. Da kriegt Lützebüch endlich sein Langdistanz-Triathlon. Ein Ironman 70.3 wird so viel heisst wie einen halben Ironman und pro Gramm 1,9 Kilometer schwammen, 90 Kilometer Velo und 21 Kilometer laufen. Das Ganze findet hier auf der Musel statt. Der nächste D-Page fällt meist um 8. An der Arrivée werden die schnellsten Athleten in einer Mitte zu stehen. Auch den Dirk Bocköl aus dem D-Page müssen wir uns von der Vielfalt-Martinmen erhalten. Dirk Bocköl, Ironman 70.3 heute zu Lützebüch. Welche Frau baust du über so einen Kurs? Ich bin sehr glücklich, dass wir den ersten Langdistanz-Kurs hier im Land machen. So ein Event, das ist eines der Kurs, nicht nur im Triathlon, sondern auch hier im Land. Wir haben enorm viele Starter von 40 verschiedenen Ländern. Das ist natürlich auch eine gute Plattform für mich selbst. Der Test für dich wird nie in Zweifel, dass du startest. Nein, normalerweise nicht. Gut, man muss immer gucken, ob das in die Saison in die Planung passt. Da sind wir kurz vier und Hawaii. Zwischen zwei ganz grossen Hegepunkten. Einmal war ja rot und einmal aus Hawaii. Da passt es schon relativ gut in die Vorbereitung rein. Das muss passen. Während dem Konkurrenten ein Sondes ob die 90 Kilometer Velo gehen, müssen sie aber für dich noch schwammen. Geschwammen geht heute zu Räumisch und zwar an der Musel. 1,9 Kilometer stehen im Programm an den nächsten Departfeld ab Aardauer. Wir haben nach Hause mit Dirk Bockel geschaut und ihnen erklärt, was das speziell ist, um Schwammen am Floss aus. Ich bin noch nie in der Musel geschwammen. Ich weiß es nicht. Ich habe schon ein bisschen Respekt dafür. Ich weiß, dass es nicht so viele Strebungen soll sein. Aber gut, es gibt ja auch ganz grossen Fisch in der Musel. Angst ist natürlich nicht. Da gibt es eine spezielle Erfahrung. Ich bin noch nie von Deutschland nach Latzeburg geschwammen oder andersherum. Das kann ich gerne machen. Allgemein ist die Strecke enorm interessant. In der Musel-Lounge in Richtung Macha haben wir 15 bis 18 Kilometer wirklich bergig. Da muss ich schauen, dass ich da vielleicht schon ein kleiner Avance lancieren kann. Und dann am Schluss ist Schengen, das ist historisch gesehen eine ganz grosse Sache. Wir laufen relativ zuschauerfreundlich. Ich schieße rauf und rauf an der Promenade zu Rämisch. Ich schmecke das ganz flott. Da hat jeder ein bisschen Eps flach, bergisch, kalt, Wind, wir haben alles dabei. Und es geht flott. Wie versteht ihr so einen langen Kurs mental? Ja, der Sprung ist das auch. Allkehr ist, boah, ein Ironman Low, das sind acht Stunden. Und du bist nach engen Stunden, was natürlich auch schon praktisch körperlich am Limit. Da musst du einfach noch sieben Stunden schaffen. Und wie ich das packe, ich weiß das auch nicht. Ich bin ganz, ganz hart zu mir selber. Es ist so nicht immer gut. Es gibt Tiefen, es gibt Heischen. Und nach allen Tiefen kommt auch ein Heisch. Und da musst du einfach durchkämpfen. Und du bist, wie gesagt, nach Schuster im Depart. Du fängst mit einem Sprint um. Und hörst natürlich auch mit einem Sprint ab. Und nach acht Stunden, da passt dann wirklich für dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017